Yo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Jetzt heute gibt es die Auslosung für euch und zwar von meinem Gewinnspiel hier. Ich bin hier schon mal auf meinem Kanal. Ich klicke direkt mal auf das Video. Yo Leute und willkommen zum dritten und letzten. Und zwar werde ich jetzt hier mal die zwei Gewinner für YouTube auslosen. Also erstmal noch vielen Dank für das ganze positive Feedback auch auf das Video und auch auf das Face Reveal vielen Dank. Null Dislikes, wirklich geil. Sehr viele positive Kommentare auch. Also da muss ich mich auf jeden Fall bei euch bei bedanken. Und ja, ich habe hier jetzt schon mal den Link von dem Video kopiert und hier in einen Random Comment Picker eingefügt. PickAWinner.co heißt die Webseite. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die schon mal verwendet habe, aber es scheint mir jetzt recht professionell, würde ich sagen. Und ich habe hier ja das Video schon mal reingeladen. 56 Teilnehmer haben wir bei dem Gewinnspiel. Und ich würde sagen, ich rede hier gar nicht groß drum rum. Und wir losen das direkt mal aus. Als erstes würde ich sagen, losen wir mal den ersten Platz aus. Also den Gewinner mit dem großen Brenner. Ihr wisst es noch, ich habe es hier im Video gezeigt. Das hier müsste der erste Platz sein. Na, hier. Das hier ist der erste Platz. Also Gutschein ist ja sowieso derselbe. Und ich wünsche euch jetzt allen viel Glück. Und ich drücke mal hier drauf. Na. Und gewonnen hat Basti unterstrich 736 mit dem Kommentar. Sehr cooles Video, cooles Gewinnspiel. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den ersten Platz gewonnen. Also jetzt bitte bis zum Ende zuschauen. Am Ende sage ich dann für die beiden Gewinner nochmal, wie ihr euch bei mir melden könnt. Und ich suche jetzt mal hier kurz in den Kommentaren auch deinen Kommentar, damit hier auch wirklich der Richtige den Gewinner erhält. Hier ist er. Dann öffne ich deinen Kanal hier mal. Perfekt. So. Und jetzt machen wir mal weiter, denn es gibt hier auch noch einen zweiten Gewinner. Für den zweiten Platz, ich zeige es euch auch nochmal ganz kurz, der zweite Platz ist dann das hier. Also mit dem kleineren Teddybrenner und ein paar anderen Postern etc. Und dann wünsche ich euch nochmal viel Glück. Ab geht's. Und der zweite Platz hat gewonnen. Hansa Pyrus Forever. Ich feiere deine Videos. Deine Videos kommen total real rüber. Nicht so gestellt. Mach weiter so. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich suche auch direkt nochmal deinen Kommentar hier raus. Hier ist er direkt schon. Dann öffne ich dich hier auch nochmal. So. Ja. Also das war's mit den zwei Gewinnern hier auf YouTube. Es gibt ja auch noch einen dritten Gutschein zu gewinnen. Also gab es zu gewinnen auf Instagram. Falls ihr da auch teilgenommen habt, die Auslosung auf Instagram, lade ich jetzt zeitgleich hoch für den Gewinner dort. Dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Und ja, falls ihr nicht gewonnen habt, nicht traurig sein. Es folgen bestimmt noch weitere Gewinnspiele. Und dann jetzt zu euch beiden. Euch beiden Gewinnern hier nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Meldet euch bitte bei mir in den nächsten Tagen. Also ich würde mal sagen, ich gebe euch jetzt nochmal Zeit bis Ende der Woche. Meldet euch am besten über Instagram bei mir. Oder falls ihr kein Instagram habt, könnt ihr euch auch per E-Mail bei mir melden. Und keine Ahnung, falls das auch irgendwie nicht gehen sollte, lasst halt einfach mal einen Kommentar unter diesem Auslösungsvideo da. Da werden wir schon eine Lösung finden, euch den Gewinn zukommen zu lassen. Und ja, wie gesagt, auch falls ihr jetzt nicht gewonnen habt oder natürlich auch die Gewinnern, nutzt dann gerne zum Bestellen bei PyroWeb. Falls ihr noch bestellen wollt, meinen Link hier zu PyroWeb. Da könnt ihr einfach drauf tippen, ist jetzt unter all meinen neuen Videos. Feuerwerk legal online bestellen. Dann unterstützt ihr mich ein wenig, wenn ihr über diesen Link bestellt und man kann nachvollziehen, dass ihr eben über mich zu PyroWeb gelangt seid. Wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr das macht. Und ja, wie gesagt, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Glückwunsch nochmal an Hansa Pyros Forever und an BASDS736. Das war es dann mit dem Video Pyros. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Das ist krank. Auf jeden Fall nicht gesund, was wir machen. Wir brauchen die Sachen lassen. Zu jeder Tageszeit krachen. Jeder kann uns hören. Denn der Blitzkneuer hämmert heftig. Abschuss. Die Kugel fliegt und die Farben sind kräftig. Die Börser sind geladen und die Zinschnüre verleitet. Ein Gewitter ist zu hören, was sich überall verbreitet. Passanten schauen sich an und fragen, was ist gerade passiert. Die Kugel sind geladen und die Kugel sind geladen.